ja willkommen mein name ist anirat und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of xia ja wir sind immer noch aufleveln wir müssen immer durch russia goal so und ich habe jetzt genug zeit hier nachzugucken was wir jetzt auf leveln und zwar dass wir dann gehen wir hier auf stärke mit wir hier stärke plus fünf prozent oder was weiß ich aufleveln können ja und wird aber noch den schutz manchmal nein kein minimal großmeister schüler und mittlerer geist so jetzt habe ich bei layer irgendwie illusions angriff ich weiß nicht was das ist deswegen guck ich jetzt mal naja weil eins und egal ich habe seitwärtsschritte machen das weg so nützlich ist weil sie ja nicht naja welcher kummer kürzlich sein wird damit kann ich im pack cross einsetzen auf genau das habe ich schon mal gewartet schön habe schon so oft gesehen und weil da voll übertrieben aber egal so aufhören wieder elise was wollte ich intelligenz genau okay so habe ich mich ja was die nächste stufe schon wieder ist hoffentlich kommen da wieder ein paar andere sachen also fp und so weit als bluster möchte ich jetzt nicht so unbedingt haben so stärke man könnte ich dann jetzt noch nehmen geschicklichkeit ich möchte noch mal diese high five fanschlag szene da sehen auf geschicklichkeit ganz wichtig fp und tp genau intelligenz hier und moral schon dann hat sie auch bald alle dinger schön super ist hier jemand kurz vorm jahr und ist auch noch kurz mal da kommen ja du alter mann und sagt was denn war schon immer so heftig das habe ich nicht noch nie aber weil er eingeführt immer so heftig oder schön ich konnte von hier schon ein geodutwart erstmal rohn da würde ich mal sagen wir wechseln ein team mit geht aus so er hat schon mal seien dingen kommentierung illusions angriff und die ganze hier also hier schon mal weiter und der intelligenz natürlich so ok dann nehmen wir mal wieder ins team und genau ich hoffe wir kommen dann gleich in die stadt oder so weil ich mit feierabend machen ich habe jetzt ungefähr muss ich 1 2 3 4 5 6 7 8 parts habe ich gleich schon aufgenommen am stück und ich möchte feierabend machen überhaupt muss ja an einem bestimmten euro da ist ein ausrufezeichen gegner kommen wir eher herr kam vergneter nee sie hat ja jetzt hier den letzten angriffen ob ich den geballert hier weil das immer mal auf die wasser angriff macht was hat lahm gesagt zu klein aktivieren mal jemand das bingen hilfe da kann man mit roben ja kann ich nicht aber ich kann auch die dinger die opferl 1 kreis eingestellt sind weiter auf la hand meine anderen dinger hier die ich auf den analog stick gestellt habe die kann ich nicht ja warte mal da sollte ich die vielleicht auf einen analog stick drauf ballern da ist ja voll umständlich da habe ich bei ihr als einziges die zauber auf den kreislingern aufgelegt da muss ich mal gucken ich werde noch viel offscreen arbeit hier nach diesem part machen und rahm schwarz petern geil ich vermisse irgendwie so eine elf schatztruhe ich habe noch kein einziger in diesen gebieten gefunden das muss sich ändern auch nicht oder da ist da hinten und weine weil er nicht gewalt hat tschüss vorher nehme ich den sack damit und viel geld wir haben schon wieder 15.000 wer von nichts auf einmal wieder voll viel bekommen schön da geht es noch weiter und jetzt ein speicherung gut zuteils und da ist schon die stadt geil da ist zur not konnte ich dann ja feierabend machen da können wir erstmal den rest hier ich möchte gerne elf mit schatzt war bei naja nein wir sind alle wir sind die top die naja ich leia schön zu treffen er hat einige Probleme du musst fühlen sich ziemlich glücklich jetzt die mela ist wieder auf der also ich habe gesagt, dass ich sie wiederholfen würde und hier ist sie wie du sie schrecklich für dieses miragel es war alles wegen der dünnlichen Kraft es muss sein Maxwell, du sie Ich war diejenige, die zu schüttern sie! Uh, Entschuldigung? Das ist richtig! Beg für deine Entschuldigung, du schuldig! Achtung für deine Blasphemie! Was ist er zu sprechen? Es scheint, dass Jude immer die Eccentrische. Alle seine Begründungen sind so... unig. Ivor, ich habe dir eine wichtige Mission gegeben. Warum bist du hier? Ich habe nicht vergessen, die Begründung der Stadt. Und das Thema, die du mir gegründetest hast, ist sicher. Ich habe es in einem Ort, mit keinem anderen. Insofern, ich habe es recientemente bekommen. Maxwell ist in der Gefahr. Du musst sie wiederholen. Ich habe sofort zurück. Ich habe nur gerade mit dir, Frau Mila. Wer könnte das so geschrieben haben? Aber jetzt nicht mehr. Nein. Gut gemacht. Ja. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Wenn ich jetzt verreckt, ne? Ah, Brututaurus, was? Ich habe ein Problem. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Wir haben ein ganz großes Problem. Wie wechsel ich noch meinen Charakter? Lass mich doch mal... Boah. Nein. Nein. Brrrrr. Äh. Äh. He. 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 Zumindest irgendwas. Jawoll. so habe ich wasser anrufe ich lasse mich zusätzlich jetzt weil ich das wie ich aus dem intro gegen das elven und näher gekämpft haben naja ich glaube wir haben gar nichts weil ich denke mal bloß ich nutze seine schwäche nicht aus aber verdammter dreck du hast kollegen gerufen willst mich verarschen das gerade denkbar schlechteste zeitpunkt man natürlich verfolgt mich überall hin das mal strahle ich habe dich noch in diesem part zum glück fällt der im um wenn ich den angriff mache so jetzt kommt die war ja ich denke mal schlecht auf die nerven jetzt ausgerechnet hier noch ein boss kommt was mit verbindungsangebot eingesetzt oder man hat die anarbeit kann ja gar nicht und war das jetzt gerade dann hat dreck was nein und ein davor denke ich möchte jetzt ja und du kannst jetzt mal wieder berlin haben sich mit ihm verbinden kann ja und wie es aussieht müssen wir den kampf im nächsten part zu ende bringen ja was für uns zu preis auskommen würde ich jetzt mal sagen hätte ich mal gespeichert na ja egal wir sehen uns im nächsten part tschüss